Hallo, in diesem Film geht es um ein wichtiges Thema. Es geht um den Klimawandel. Ich erkläre das Thema in leichter Sprache. Ich bin von der Buntjugend. Das ist eine Organisation für junge Menschen. Eine Organisation ist so etwas wie eine große Arbeitsgruppe. Zu Buntjugend gehören viele junge Menschen. Sie setzen sich überall in Deutschland für den Klimawandel ein. Aber was ist Klimawandel? Ich erkläre es jetzt. Erst einmal erkläre ich das Wetter. Das ist Wetter. Manchmal scheint die Sonne, manchmal regnet es, manchmal schneit es, manchmal gibt es Wolken. Das ist alles Wetter. Das Wetter an einem bestimmten Ort nennen wir Klima. Das Klima ist überall auf der Welt anders. In Deutschland haben wir dieses Klima. Im Sommer scheint oft die Sonne, im Winter schneit es, es regnet oft. Das Klima ändert sich. Das ist normal. Ein wichtiger Grund dafür ist CO2. CO2 ist ein Gas. Gase sind Stoffe, die in der Luft sind. Diese Gase sind überall um uns herum. Sie hüllen die ganze Erde ein. Diese Hülle von der Erde nennen wir Atmosphäre. Es gibt viele verschiedene Gase in der Atmosphäre. Eins davon ist CO2. Woher kommt CO2? Ein bisschen CO2 entsteht, wenn Menschen oder Tiere atmen. Bei manchen Sachen entsteht sehr viel CO2. Zum Beispiel beim Heizen, beim Benutzen von Strom, beim Einkaufen, beim Autofahren oder beim Fliegen mit einem Flugzeug. Aber wie entsteht CO2? Ein großer Teil von CO2 kommt aus fossilen Brennstoffen. Das sind natürliche Rohstoffe. Und Rohstoffe sind in der Erde. Solche natürlichen Rohstoffe sind zum Beispiel Kohle, Erdöl oder Erdgas. Diese natürlichen Rohstoffe werden in Kraftwerke transportiert. Dort werden sie verbrannt. So stellen Menschen Strom her. Beim Verbrennen wird sehr viel CO2 frei. Das CO2 kommt beim Verbrennen in die Luft. In Deutschland gibt es sehr viele Kraftwerke für Kohle. Das finden wir schlecht, weil dadurch sehr viel CO2 in die Luft kommt. Menschen können Strom auch anders herstellen. Zum Beispiel mit Sonne, mit Wind oder mit Wasser. Dabei entsteht kein CO2. Das ist besser für das Klima. Kohle, Erdöl oder Erdgas benutzen die meisten Menschen zum Heizen oder für Autos und Flugzeuge. Beim Heizen und durch Autos und Flugzeuge wird sehr viel CO2 frei. Das ist schlecht für das Klima. Es ist besser für das Klima, wenn wir zu Fuß gehen, wenn wir Fahrrad fahren oder wenn wir mit dem Rollstuhl fahren. Auch Busse und Züge sind besser, weil sie weniger CO2 in die Luft verbreiten. Und Busse und Züge können mehr Menschen mitnehmen. Das ist für das Klima besser, als wenn alle alleine im Auto fahren. Denn viele Autos machen mehr CO2 als ein Zug. Für das Klima ist auch das Einkaufen gefährlich. Denn bei der Herstellung von Waren entsteht viel CO2. Waren sind die Sachen, die wir einkaufen. Zum Beispiel Möbel, Kleidung, Haushaltsgeräte. Die Sachen werden in Fabriken hergestellt. Dann kommen sie in ein Lager. LKWs oder Schiffe bringen die Sachen in die ganze Welt. Dabei entsteht viel CO2. Das ist schädlich für das Klima. Es gibt noch ein anderes Gas. Es heißt Methan. Es ist auch schlecht für das Klima. Manche Tiere machen viel Methan. Zum Beispiel Kühe. Das Gas entsteht bei ihrer Verdauung. Früher gab es wenig Kühe. Heute gibt es viele Kühe. Weil die Menschen gerne Milch von Kühen trinken. Weil sie gerne Fleisch von Kühen essen. Weil es viele Kühe gibt, gibt es viel Methan. Das ist schlecht für das Klima. Ohne CO2 wäre die Wärme gleich wieder weg. Dann wäre es sehr kalt auf der Erde und wir könnten nicht leben. Das CO2 macht die Erde warm. Das nennen wir Treibhauseffekt. Aber wenn zu viel CO2 in der Atmosphäre ist, dann wird es zu warm. Das Klima verändert sich. Es wird immer wärmer. Das nennen wir Klimawandel. Was hilft gegen die Erderwärmung? Pflanzen speichern CO2 aus der Luft. Deswegen sind Pflanzen und Wälder sehr wichtig. Aber die Menschen zerstören viele Wälder. Zum Beispiel den Regenwald. Wir fällen Bäume wie das Holz und damit wir auf der freigewordenen Fläche unsere Landwirtschaft betreiben können. Wir aus der Bundjugend sagen, wir müssen etwas gegen den Klimawandel machen. Warum müssen wir was unternehmen? Auf unserer Erde leben viele Pflanzen und Tiere. In diesem Klima können sie noch gut leben. Wenn sich aber das Klima immer weiter verändert, dann können diese Tiere und Pflanzen nicht mehr gut leben. Wenn es immer wärmer wird, dann schmilzt das Eis am Nord- und Südpol. Es kommt viel mehr Wasser in die Meere. Küsten und Inseln gehen unter. Das ist gefährlich, denn dort leben viele Menschen. Sie verlieren ihr Zuhause. Wir müssen also etwas gegen den Klimawandel machen, weil sich sonst das Wetter immer weiter verändert. Es wird immer heißer, aber es regnet immer weniger. Die Pflanzen bekommen kein Wachstum, weil sie dafür Wasser brauchen. Und ohne Pflanzen haben Tiere und Menschen nichts zu essen. Oder ein anderes Beispiel. Durch den Klimawandel gibt es viel zu viel Wasser. Es regnet immer mehr. Alles geht unter. Menschen, Tiere und Pflanzen sterben. Dagegen wollen wir ankämpfen. Ich fasse zusammen. Das Gas-CO2 hält die Wärme auf unserer Erde. Aber wenn es zu viel CO2 gibt, dann verändert sich das Klima. Menschen machen viel CO2. Es entsteht dadurch, dass wir Auto fahren, Flugzeug fliegen, dass wir Milch trinken und Fleisch essen, dass wir Strom benutzen oder heizen. Wenn es zu viel CO2 gibt, dann wird es immer wärmer. Das Eis am Nord- und Südpol schmilzt. Und durch zu viel Wasser gehen viele Küsten und Inseln unter. Durch mehr CO2 ändert sich aber das Klima auch. Und das Wetter. Viele Pflanzen und Tiere können nicht mehr auf der Erde leben. Menschen können sterben und verlieren ihr Zuhause. Vielen Dank. Frau vanmau-